Hey Kinder! Herzlich Willkommen in der Season 7 mit Solo Ranked. Ja, bei 0 natürlich. Steht sich ja von selbst, ne? Und das ist unser zweiter Versuch, die Promotion zu machen für Gold. Dadurch, dass wir schon einmal eine Promo waren, haben wir auch einen Sieg automatisch geschenkt bekommen. Also wir müssten ja theoretisch nur zweimal gewinnen, ne? Mal gucken, wie es gehört. Gegen Ori ist alles andere als schön, muss man so sagen. Sobald die ein gewisses Item-Bild hat, ist einfach der Damage-Output insane. Naja, so, wir haben ein ziemlich squishiges Team, muss man so sagen. Elite in the Jungle, ey, hab ich auch schon ewig nicht mehr gesehen. Ich wollte gerade klingeln. Beziehungsweise ich habe gerade klingelt. Ähm... Wir haben ja schon noch, wie ich in den Karten... wenn man auch einen Karten geholt hat. Wir können schon mal wieder auf das Karten sehen, ob wir uns hierher befinden. Wir müssen uns hier mal bewegen. Wir müssen hier auch noch nachher sein. Wir können uns hier-eig? Ja. Wir müssen hier mehr nehmen. So, wir müssen für uns hier-eig-eigern. fliegel. Wir müssen uns hier in der Tür noch. Das ist hier. Wir müssen uns hier. Wir müssen hier im Karten. wir suchen das was im Grunde fast unmöglich ist eine Sieg wie er sie reizubringen nicht ohne Grund fast unmöglich weil gerade einfach die Autos den Leer ja ähm m kosten-nutzen-faktor das ist einfach mal idiotisch so nein nein hoa Oh man, ey. Nein, jetzt hab ich's doch verpasst. Ja, war ja klar. Oh, der Tower. Das war so klar. Wie nahm man denn in der Mitte als Gegner? Da war alles so gut gelaufen. Ja. Was liefst besser? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Joa, mach mal ganz gut. Alles gut. Umso mehr das Band ist umso schützer ist das für mich. So, da ist er auf dem Weg zu euch. Da wird jetzt. Was ist denn eine Sache? Oh nein. Oh nein. Die haben uns schon in den Power eingerissen. Es ist zu spät für Gnade. Ich weiß. Ich weiß nicht, dass ich jetzt nicht mehr loswerden kann. Ich weiß nicht, ob ich jetzt nicht mehr loswerden kann. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier auch auf den Weg weg bin. Das verreckt mir aber nicht da, ne? Nee, fuck. Fuck! Oh Alter, muss ich das echt immer hier drüber machen? Ja, falsch heute. Lass mich auf die Gesicht. Oh, eine Verbündete wurde getötet. Okay. Okay. Bis zum nächsten Mal. Ah. Da fehlt mir echt noch der Damage hier. Er will nicht. Ich glaube, das steht nah, aber nicht wahr? Was war hier? Da sieht der Vogel gar nicht mal so übel aus. Was war hier? Na. Das war's für heute. Da kann man gar nichts wirklich holen. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.